Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal Kallis Cook & Wood. Heute möchte ich euch einen Kasseler Chinakohl Topf zeigen. Das Ganze im Dutch Ofen. Wie das geht und was ich verwende, seht ihr nach dem Intro. Folgende Zutaten benötigt ihr. Komm mal bitte ran. Wir benötigen heute Pfeffer und Salz, Paprika edelsüß, Barbecue-Soße, zwei Moorüben, Geflügelfond, Chinakohl, Kasselernacken, roter Ackergoldkartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch. Und wie immer, alle Zutaten kommen in die Videobeschreibung und los geht's. Habt ihr eigentlich meinen Kanal schon abonniert? Wenn nicht, dann macht das mal bitte. Unten die Glocke an, dann werdet ihr jeden Freitag 18 informiert, wenn ich ein neues Video rausgebracht habe. Damit unterstützt ihr mich, damit stärkt ihr den Kanal und Dankeschön. Wir beginnen jetzt zuerst mit den Schnippelarbeiten. Wir nehmen uns zuerst das Kasseler. Hier schneiden wir uns gleich große Scheiben runter. Wenn wir uns Scheiben runtergeschnitten haben, nehmen wir uns die Scheiben, schneiden die längst nach auf. Ungefähr daumendicke Streifen schneiden wir uns. Und dann schneiden wir uns Würfel runter. Das Ganze machen wir natürlich mit allen Scheiben. Jetzt, wo wir das Kasseler Nacken klein geschnitten haben, kommen wir zur Zwiebel. Die nehmen wir uns, halbieren wir uns einmal und vierteln sie uns einmal. Und dann schneiden wir uns mit dem Knoblauch. Und dann schneiden wir uns Streifen runter. Nachdem wir uns die Zwiebel geschnitten haben, nehmen wir uns den Knoblauch. Den pressen wir uns. Und dann hacken wir uns den Knoblauch. Ruhig richtig schön klein hacken. Wenn wir uns den Knoblauch klein gehackt haben, geben wir den mit zu den Zwiebeln dazu. Jetzt, wo wir mit dem Knoblauch auch fertig sind, nehmen wir uns den Chinakohl. Der ist schon gewaschen. Hier nehmen wir uns hinten den Strom, den schneiden wir uns ab. Hier nehmen wir beiseite. Und dann schneiden wir uns den einfach grob in kleine Stücke. Und dann geben wir hier einfach noch ein paar Mal drüber. So, dass das mundgerechte Stücke werden. Jetzt, wo wir mit dem Chinakohl fertig sind, nehmen wir uns die Moorrüben. Die halbieren wir einmal. Dann der Länge nach nochmal halbieren. Und schneiden uns einfach halbe Ringe runter. Versucht sie gleich dick zu schneiden. Jetzt nehmen wir uns noch die Ackergoldkartoffeln. Die schneiden wir uns der Länge nach auf. Jetzt schneiden wir sie uns nochmal der Länge nach auf. Was wir so gefüttelt haben. Und schneiden wir uns gleich große Stücke runter. Das Ganze machen wir mit allen Kartoffeln. Wir sind fertig mit dem Schnippelarbeiten. Jetzt sehen wir unseren Datschofen wieder. Ich benutze heute wieder den Camp Chef Deluxe 10. Der ist für ihr genau richtig. Heizen euch gut vor. Gebt etwas Öl rein. Jetzt geben wir auch direkt die Moorrüben rein. Die Moorrüben braten wir uns 2-3 Minuten an, bei gelegentlichen Wenden. Nach 2-3 Minuten verlieren die Moorrüben auch schon ihre Farbe. Dann geben wir die Kartoffeln dazu. Braten die auch mit an, rühren alles gut durch. 2-3 Minuten immer mal wieder wenden. Jetzt können wir auch schon die Zwiebeln und den Knoblauch dazugeben. Das vermengen wir richtig gut. Das braten wir jetzt so lange an, bis die Zwiebeln glasig sind. Jetzt können wir auch den Chinakohl mit dazugeben. Alles gut verrühren. Den braten wir jetzt so lange an, bis er eingefallen ist. Jetzt, wo auch der Chinakohl eingefallen ist, geben wir das Kassler mit dazu. Rühren das alles nochmal gut durch. Wenn wir alles gut durchgerührt haben, geben wir dem Ganzen nochmal 2-3 Minuten. Dass auch das Kassler richtig schön heiß werden kann. Wenn das alles 2-3 Minuten ordentlich heiß geworden ist, mengen wir es noch einmal durch. Jetzt kann auch schon der Fond mit drauf. Wir geben direkt die Gewürze mit dazu. Das Paprika edelsüß. Pfeffer und Salz. Und auch die Barbecue-Soße. Jetzt nochmal alles gut verrühren. Der Deckel geht drauf. Wenn es kocht, dauert es ungefähr 40 Minuten. Rühren wir es ab und zu mal durch. Und dann sehen wir uns zu verkosten wieder. Das Beste zum Schluss. Es geht ans Verkosten. Guckt mal hier. Und los geht's. Also riechen tut es mega lecker. Ist bestimmt auch sehr, sehr heiß. Oh wow. Mega lecker. Also mein Fazit. Geschmacklich perfekt abgepasst. Gewürztechnisch ist alles dran, was rangehört. Ist eine richtig, richtig runde Sache. Es ist richtig lecker. Oh, mir läuft immer noch Wasser am Mund zusammen. Ich werde die Schüssel gleich aufessen, wenn ich hier fertig bin. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ihr solltet es unbedingt nachmachen. Wenn nicht, dann verpasst ihr was. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch. Abonniert mich auch sehr gerne. Damit stärkt ihr den Kanal. Damit unterstützt ihr mich. Das kostet euch auch nichts. Schreibt gerne mal einen Kommentar unter das Video. Und Dankeschön. Wow, richtig lecker. Simpel und richtig lecker. Bis zum nächsten Mal.